So, und jetzt haben wir hier den Endboss, der hoffentlich mal auf... Da ist er, ja. Okay, ganz einfach, das Level beginnt. So, man muss sich die Teile grabschen. Grabschen und auf den anderen landen. Ohne wieder hochzuspringen. Mann, ich muss... Mann, man darf die Taste nicht gedrückt. Halten, komm! Und dann muss man nun auf seinen Gegner warten. Nein, der Gegner ist nicht die Wolke, sondern jemand an... Na, komm, jemand anderes. The fuck is los heute? Oh Gott. Nee, nee, das wird nix. Machen wir es anders. Ja, das war... Keine Ahnung, was das war. Beschissen war es. So, nochmal. Hm, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus heute. Blö. Okay. Ich will mal versuchen, den Pilz bis zum Ende zu behalten. Eigentlich nein, nicht wirklich. Das will ich gar nicht. Ich will den Scheiß nun endlich mal schaffen. Warte. Save. Ah, nee, das war dumm. Oh, komm schon! Ja, das schaffe ich sogar noch, wenn ich nicht stark springe. Und mich danach drücke. Oh, komm! Nein! Ja. Na, Mann! Okay, nochmal. Leicht durchdrücken. Leicht durchdrücken. Leicht, bitte. Oh Gott, warum? Lade ich. Ich will das jetzt schaffen, du! Oh, König Katzen. Und jetzt. Nicht durch. Ja! Nein! Nein! Ah, scheiß drauf. Kein Bock mehr. Ah, nee, verdammt. Ach, komm schon! Komm schon, Mario! Ach, weißt du, das ist mir jetzt auch scheißegal. Los! Zieh es mir ab! Mag ich! Komm her, du Geist! Kleine Geistspruchte. Ja. Oh, super! Oh, ja, das müsste ich jetzt eigentlich noch schaffen. Dann müsste ich jetzt nur noch sichtbar machen. Bitte mach dich jetzt sichtbar! Yes! Yes! Oh, geht doch. Puh, das hätten wir schon mal geschafft. Bei Testaufnahmen habe ich um die 10 Runden gebraucht, bis ich den endlich besiegt habe. Aber, dass es heute so glatt läuft, hätte ich nicht gedacht. So, Continent Safe. Und es geht weiter. Safe. Und ich mach mal mal ein extra Safe. Wechseln wieder hier drüber. Safe. Und es geht in ein... ...Unterwasserlevel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Das kann schlimm enden. Ich hasse Unterwasserlevels. In jedem Mario-Teil habe ich die gehasst. Ich konnte die noch nie leiden. Oh Gott, du! So. Diese scheiß Fische. Muss man relativ schnell drunter durchlaufen. Oh Gott. Probieren wir mal was. Nein, das funktioniert nicht. Das ist auch eine dumme Idee. Das ist noch dümmer. Oh, das hätte ich jetzt eigentlich geschafft. Ah, fuck. Oh, du Stachelfiech. Jetzt nochmal. Nein. Oh, du Drecksfisch. Ah, dann hätten wir's. Ah, fuck Bullet Bill. Komm. Nein. Mario. Mario. Oh Gott. Ach, geht doch. Fische. Schnell runter. Ohne zu sterben. Ah. Der Hammer trifft mich natürlich. Oh Gott. Nein, nein. Nein, 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 nein. Aha. Nein. Oh Gott. Wenn er da keinen Hammer werfen würde, könnte ich ihn noch treffen. Das vergesse ich mal lieber. Ich lasse ihn noch einmal schwingen. Und lasse mich mal den Fischen töten. Komm. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Oh. Ich hatte ne Idee. Nein. Nochmal. Und nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, das haben wir geschafft. Und jetzt noch runter. Jetzt noch runter. Näh. Runter, runter, runter. Und her. Auf den Fisch. Los, Mario. Fick den Fisch. Komm. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott. Weh, der Hammer trifft mich wieder. Geh an mir vorbei. Oh, das ist ne beschissene Stelle. Ja, eigentlich müsste da jetzt Bullet Bills rausgehen. Ach, egal. Kann ich auch froh sein, dass es mir nicht passiert ist. Und das war mein Handy. Sekunde. So, das mit dem Handy geklärt. Was ich jetzt eigentlich machen wollte. Komm. Ah, jetzt geht's. So, speichern. Safen. Nochmal Safen. Und jetzt gehen wir weiter. Weil ich Angst hab, ich mach nen Fehler. Ich mach 100 Brunnenfehler. Naja. Vielleicht auch nur einfach so zur Sicherheit. Mann wird sehen. Mann wird sehen. Oh Gott, diese Kuppers. Auch scheißegal. Nein. Vielleicht schaff ich's auch noch. Nein. Oh, ist mir jetzt auch scheißegal los. Geh da hoch. Du gehst runter. Oh, Mann. Oh Gott. Ja. Oh, ich glaub jetzt kommt ein Bullet Bill. Oh, sogar ganz viele Bullet Bills. Oh, nee. Oh Gott. Nochmal. Okay, hier gibt's nen Trick. Also mit dem Gamepad bei mir. Ich. Ah. Drück nach unten. Und schwimm nach oben. Und dann müsste ich es eingeschaffen, nicht oben und auch nicht unten aufzukommen. Speichern. Saven. Ja. Eigentlich. Oh, komm durch, Mario. Geh doch. Oh, Bullet Bills. Oh. Arschloch. Noch mehr Bullet Bills. Oh Gott, nein. Hab ich was angestellt? Oh. Komm schon. Oh. Komm schon. Oh, einmal. Geht doch. Oh, diese Fische sind so nervig. Oh, die sind so nervig. Oh, ich will unten bleiben. Oh, du scheiß Fisch. Okay, das kriegen wir hin. Oh, nein. Oh, nein. Oh Gott, nein. 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 Oh. Gott. Fische geht weg. Ihr seid scheiße. Niemand will euch. Niemand will euch. Ah. Die sind ja immer noch hinter mir. Oh Gott, los. Ich hoffe, sie sind da unten verreckt. Bitte. Wenn ich da jetzt unten durchgehe, ich hoffe, die verrecken. Ja. Ah. Schaut da noch aus. Oh Gott, das kann was werden. Oh, Mann. Jetzt aber. Oh, Herrgott. Nein. Ja. Oh Gott. Ja, super. Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Rewind-Taste. Komm, manche. Ich zacken. Ja. Oh Gott, jetzt geht er rüber. Ja. Ah. Oh, Mann. Jetzt schaufen wir es mal da durch. Oh, meine Fresse. Meine Fresse. Ja. Oh, jetzt kommt es. Jetzt wird es scheiße. Gleich wird es scheiße. Gleich wird es scheiße. Lässt nicht mehr lange auf. Da. Ja. Das habe ich gemeint. Oh. Ah. Aha. Yes. Geht doch. So, ich denke mal, heute wird es durchgezockt. Ich hoffe mal, dass es heute durchgezockt wird. Continent Safe und den Slot wechseln. Wechseln. Und da geht es jetzt weiter. Ich weiß nicht, was ich mich hier erwarte. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Diese Munchies. Das sind diese schwarzen Pflanzen für die, die es nicht wussten. Weil ich auch erst seit gestern. Oh Gott. Sind die hässlich. Warum wollen die mich alle umbringen? Ach. Das kann ja was werden. Ach. Du Scheiße. Ach. Du Scheiße. Jetzt geht er hoch. Da runter. Oh ne, ne, ne. Da muss ich warten. Da muss ich warten. Na, das war dumm. Na, na. Das schaffe ich nicht. Geh wieder hoch. Jetzt. Da runter. Nein. Jetzt da runter. Komm. Bitter, bitter, bitter. Äh. Rewind. 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 Was mache ich denn? Na, was mache ich denn da? Ho. Sollst du. Saven. Was mache ich denn? Okay. Jetzt da runter. Ja. Oh ne. Ihr Scheiße. Oh, ihr zwei Nachwuchsnerver. Geht weg. Bitter, bitter. Ah. Für euch habe ich's. Nein. Oh Gott, bitte. Oh ja. Nein. Du. Oh, weg ist sie. Oh. Oh Gott, bitte. Ja. Oh ne, du kleine Nutze. Geh weg. Hört man hier stehen. Kommt die da noch hin? Nein, die kommen nicht her. Super. Ja. Das finde ich mal gut. Oh ne. Jetzt geht er rein. Oh. Da hat man's. Ah. Nochmal. Da, da, da. Safe, safe, safe. Und weg ist da. Yeah. Das hätten wir. Jetzt geht er drauf. Hoi. Schum. Ja. Schum. Äh. Schum. In Rot. Klare Aussage. Mal sehen, was die mir noch bringen. Schum. Schum.